Unsere Klimawichtel haben ein eigenes Projekt, die sind in unserem Park der Zeiten, das sind die 6- und 7-Jährigen. Und dieses Projekt wird unterstützt vom Naturpark Schwarzwald Mitte Nord. Und jetzt passen Sie auf, alle Klimawichtel bitte zu Ihren Betreuern zum Schild. Und wenn ich richtig mitzähle, müssten jetzt 69 Kinder aufstehen, sich dahin bewegen. So, die jungen Helfer, diese Gazellen, die da runterziehen, die haben diese Jugendleiter-Karschausbildung mitgemacht und engagieren sich hier im Jugendfreigedienst bei uns. Das heißt, die machen es ehrenamtlich, sind alles ehemalige Jugendkinder, die sagen, jetzt bin ich frei, Betreuer zu sein. Und sie versammeln sich jetzt. Gut, alle Klimawichtel bitte zu Ihren Betreuern.